Komm, stell doch Daumen, Daumen nach oben, da gibt's nämlich was Gutes. Leute, was ist denn? Schöne, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy-Skins-Video. Wir wurden wieder aufgeladen, da oben in der Ecke kann man es sehen, 529 Dollar, oh my god. Werden wir heute damit Plus machen oder eher ins Virus gehen? Mal schauen, aber zuallererst die Belehrung. Wenn ihr hier mitdudeln wollt oder generell Glücksspiel betreiben wollt, müsst ihr 18 Jahre alt sein, ihr passt bitte auf euch und vor allem euer Geld auf, ganz, ganz wichtig. Und wer bei sich spürt, oh, ich hab das alles nicht mehr so ganz im Griff oder auch bei sich im Umfeld jemanden kennt, der möglicherweise in die Spielsucht verfallen ist, der kann gerne in der Videobeschreibung nachschauen, dort ist ein Link zur Glücksspielberatung. Da kann man dann auch anrufen und sich beraten lassen. Und ja, rein da, meine Damen und Herren, Dankeschön. Wir legen also direkt los mit der Gämbelei und hoffen, wie gesagt, dass wir heute auf Plus gehen. Wir stehen aktuell bei 2150 Dollar. Plus 500, also 2600 und so weiter und so fort. Wir gucken jetzt mal, ob wir am Ende bei 2600 stehen oder eher nicht. Let's go. Wir gehen natürlich direkt mal in die neuen Kisten rein. Zuerst in die Seek & Destroy und danach in die 81er. Das wird fett. Hier werden wir schon, da machen wir schon mal 5 auf. Komm, 30 Dollar, die haben wir auf jeden Fall. Was ist hier so der, ah, ja, das tut natürlich weh. Da wollen wir nicht hin, denn unser Leibgericht ist, ich sag mal, in diesem Bereich oder sogar halt ganz hier oben. Aber das sind die Wahrscheinlichkeiten so winzig. Let's go, meine Damen und Herren. Glück sei uns hold, bitte. Ah ja. Ui. Ne Merke Industries Diegel ist natürlich wieder lecker. Und hier ist die M4-1S einfach vorbeigeholt. Die habe ich gar nicht gesehen. Wir sind mit 32 raus. Und wie viel waren es? 30 Reihen? Ui. Das geht ja eigentlich. Gut, ich meine, wir haben halt hier natürlich auch dann so mittelpreisige Sachen. Aber ja, das ist so. Die einzige, die wirklich, wirklich, wirklich nice ist, ist die hier. Gut, die Farmas kann man schon auch mal machen. Klar, die kann man auch mal machen. Ich würde sagen, einmal gehen wir noch mit 3 in Reihen. Noch sind wir ja im Plus. Also, ja, wir können ja pro Roll auch sagen, wo wir halt so aktuell stehen. Handschuhchen, schade. Hülbe. Absoluter Crap. Das war ein, äh, das ging in die, ja. Uiuiui. 16 Dollar. Das ging etwas in die Hose. Ähm. Ich werde noch mal eine einzelne aufmachen. Einfach. Es sind halt wirklich viele Mecker Industries hier drin. Um so auf so eine, auf so eine dickere zu gehen. Vielleicht auch auf eine, auf eine M4-1S. Mecker Industries, auf. Seek & Destroy, gönn doch einfach mal, bitte. Oh, schade. Die Kiste, ja, vielleicht nicht. Ah, Mann. Gut, dann gehen wir direkt rum auf die andere neue. 81 Dollar und 50 Cent. Schauen wir mal rum, was hier der, ah, ne, Dragon Tech. Okay, hab ich den nie gesehen. Ja, ja, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall was Verwertbares rausholen können, aber das tut jetzt schon weh. Ich überlege sogar gerade, ob ich absolut wahnsinnig auf zwei Kisten gehen soll. Aber das ist halt schon fast, ich glaube, das ist nicht nur wahnsinnig, das ist auch dämlich. Ich, ich lass mal eine. Ich mach mal eine und dann können wir ja gucken, ob wir, ob wir noch mehr wollen. Ob es uns so gut gefallen hat. Rowling? Hallo? Bing und Bong? Bing und Bong? Kleine Helden aus dem All. Hä? Hab ich, ja, Disconnect oder was? Interwebs? Ja, dann warten wir einfach mal ganz kurz. Und schon geht's los. Ich hab gerade was getrunken. Und dann geht's einfach knallert los. Tausend Jahre später. Wurden jetzt die guten Orts eingestellt? Na also. Okay. Ja, also wir haben Minus gemacht. Wir haben natürlich Minus gemacht. Aber gar nicht so viel. Gar nicht so viel. 80, äh, mit 80, 81 rein, mit 68 raus geht. Also die ist auf jeden Fall sehr gut zu verwerten. Sehr, sehr gut zu verwerten. Ich trau mich aber nicht nochmal rein zu gehen. Mir kommt's so vor, als wenn das das Allerbeste ist, was die Kiste mir heute geben möchte. Also alles andere wäre ein absoluter Bruchgang. Und darum machen wir das nicht und gehen raus. So. Ich glaube, die Stranger haben wir letztes Mal schon geöffnet. Ich seh grad nicht. Ich glaube, ich hab einfach Internetprobleme hier gerade. Irgendwie lädt gar nicht so richtig. Ah. Man muss noch was sagen. Schon macht's bing und dann geht's. Wir holen uns mal so einen Katowicz-Titan, Leute. Also für einen 15er. Für einen 15er kann man sich schon mal so einen Katowicz holen. Dann wären wir schon mal, also richtig gut im Plus. Dann wäre jede Minus-Geherei, die bis dato ja eben passiert ist, komplett erloschen. Komm, wir gucken mal. Also für 15 Dollar, Leute. Ich bitte euch ganz bittlich. Titan. Let's go. Ah, ja. Na, Azur. Ah, geilo. Warum ist das passiert? Warum ist die so scheiße? Ich weiß warum, weil die Kiste zweimal geöffnet werden möchte, gleichzeitig. Erst dann kommt der Titan-Holo rum. Ist ja logisch. Ist ja logisch, klar. Ist so ein Jersey-Ding. Achtung. Hm, 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 hm. Oh Gott, deswegen. Wir gehen weiter. Hui. Wir gehen hier noch in die Cover rein. Ich meine, dass die auch mal ein bisschen was gegönnt hat. Aber vielleicht auch nicht. Lasst es uns einfach herausfinden. Es sieht zumindest alles sehr rosig aus. Das ist so schön rot alles. Och, ne Hohl. Leute, ne Hohl. Wär's doch gewesen. Na, Havel. 34. Donner. Raus. Und mit 41 rein. Minus. Komm, dann machen wir auch noch eine Einzelne. Eine Einzelne müssen wir schon nochmal aufmachen. Und das zählt ja auch, die gute alte Regeln. Zwei sind's. Zwei. Die zwei lustigen drei. Ja, ja. Zwei sind's auf jeden Fall. Jetzt kommt der dicke Gewinn. Jetzt kommen die dicken Pignonsen reingeflogen. Guck mal da. Ich sag's doch. Achso, wirklich? Sag mal. Warum? Hättet ihr nicht einfach die Hyperbeats kommen können und fertig ist der Luck? Die X-Ray ist ja auch ganz nett. So alleinstehend. Aber nicht für 40 Euro. Äh, 27. Meine Freunde. Raus. Special Prize. Lucky Grave. Da war wir letztes Mal auch drin. Ja, 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 ja. Hm. Hatten wir da... Haben wir da nicht einmal die Racing Green Hunt? Nee, die haben wir nicht ausgezogen. Also dann machen wir nochmal eine Zweier auf. Da muss schon... Müssen schon zwei sein. Das ist Quatsch. Das lohnt sich ja nicht, Leute. Das lohnt sich ja nicht. Denkt bitte dran, ne? Mit eurem eigenen Geld passt ihr schön auf, Leute. Ich verballer hier das E-Sport-Geld. Ich verballer hier das E-Sport-Geld. Ja, das war natürlich ein absoluter Griff ins Klo. Holy Moly Macaroni. Ne einfache noch. Und dann gehen wir aber auch schon wieder weiter. In die Gun... Nicht Gunfights, aber in die Arenas. Oder wir können mal kurz gucken, ob bei den... Das ist sehr ekelhaft. Was passiert hier? Tschüss. Ähm, wir gucken mal, ob bei den Gunfights zu... Okay. Gunfights sind halt echt... Also, mir haben sie bis jetzt noch nicht so richtig zugesagt. Und ich habe jetzt auch keine Lust, hier gegen Bots anzutreten. Das heißt, ich gehe mal in die Arena rein. Äh, warum steht hier öfter? Da kann ich maximal zugucken bei euch. Ajo. 34 Dollar? Na klar. Da bin ich. Bin ich dabei, Savage. Ich hab dich da, Kumpel. Lass uns kurz ein bisschen abwarten. So. Wir warten jetzt hier schon tausend Jahre. Ich drücke jetzt mal auf Start-Witz-Bots. Und hoffe, dass Imbchen hier zustimmt. Wenn nicht, gehe ich raus und mache noch was anderes. Guck nochmal in eine andere Arena rein. Heute ist gerade irgendwie wenig los. Ich nehme mittags auf. Das ist für mich eine un... Ähm... Normale Zeit auch, dass ich mittags aufnehme. Und scheinbar auch für Daddy-Skins. Obwohl man hier oben sieht, dass da reingerödelt wird. Ist hier wohl eher weniger los. Ja. Könnte ich jetzt... Das ist unser... Unser offenes Ding. Pending, ne? Das ist dumm. Wie kann ich hier jetzt raus nochmal? Ah ja, quitt. Klar. Natürlich. Wir warten nochmal kurz. Ich quitt raus. Daum nicht so lang. Und ich gehe nochmal in Arenas rein. Und gucke einfach jetzt das hier ganz schnell. Die ist... Die habe ich vorhin gesehen aus dem Augenwinkel hier. Die waren aber direkt voll. Jetzt sind sie auch am Daddeln. Wisst ihr, was ich kreiere einfach meine eigene Geschichte? Und ich nehme da direkt mit Bots dann den großen Schwung. Und rein mit uns, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, da gehe ich jetzt einfach mit einem Bot rein. Das dauert mir viel zu lange, die Kackwarterei. Auf jetzt! Ich trinke einen Schluck, während wir hier Glück haben. Ui! Ne, halt die. Deshalb strike ist die nicht... Ne, wir sind natürlich tausendmal besser. I'm Sarah. I'm Sarah, Bot. Mhm. Ja, das ist schlecht. Warum hat der denn jetzt eine Dragonfire? Was soll der Mist? Kann der bitte mal aufhören, sowas zu ziehen? Dankeschön. Ah ja. Babla zieht wieder nach. Lächerlich, Alter. Was hat eine Sand? Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Moonrise ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr... Ui, 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 ui. Mh. Aber der Sackkopf ist immer noch weiter... Ne Blusch... Ne Bluschbrunst ziehe ich einfach... Der ist einfach weiter als ich. Was soll der Mist? Banke aufzugewinnen, aber sofort. Ui, hä? 19 Euro! Gib doch mal raus! Jetzt bitte! Zwei noch! Babla jetzt! Komm! Na, der Carnivore... Mh, die ist aber wirklich krass. Ui, ui, ui. Auf jetzt, Knife! Oder Klavs oder irgendwas. Das, äh, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Ich schreibe die an. Ich sage, ich habe eigentlich gewonnen. Ich kriege nochmal genau dasselbe. Ich gehe nochmal mit Bots rein. Und das ist mein Win. Das ist mein Win. Klar. Da, guck. Merk da was. Warum ist das Mehrwert? Was soll das nicht? Klar, weil die... Ne, halt! Hä? Hä? Ja, gut. Jetzt ist ja noch alles im Lot. Noch ist es im Lot. Den kann ich locker einholen. Na, also. Na, also, Leute. Fortschritt. Upgrades, meine Herren. Upgrades. Komm jetzt. Ja, eine Vino Primo ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Mhm. 1,72. Weiter geht's. Auf. Ich baue die... Gut, ich bleibe erstmal stehen. Ich bleibe erstmal stehen. Auf der Stelle. Aber das sind doch schon mal lecker, lecker Filler-Skins auch. Auch für die YouTube-Gifaways und so weiter. Na, also. Gerne auf... Einfach Stillstand. Ist in Ordnung. Solange man im... Äh... Solange man vorne ist. Oh Gott, ich dachte, der zieht den Jürgen. Ich dachte, der zieht den Jürgen... Äh... Ähm... Sohn. Summer! Summer! Warum ist denn die so knapp schon zweimal bei ihm gewesen? So. Zusammenziehen. Bubble hat gewonnen. Äh... Binge und Bong. Meine Damen und Herren. Sogar mit Plus raus. Übrigens, das ist hier eine Mega-Minus-Runde heute insgesamt. So overall. Wir gehen in die Predator rein, Leute. Dann haben wir einfach aufgebraucht, was wir hatten. Ohoho, fuck! Es wird so easy, die Jungle Dash. Ich weiß es. Es wird die Jungle dashed. 100%ig. Oh mein Gott. Komm, stell doch Daumen. Daumen nach oben. Da gibt es nämlich was Gutes. Leute! Was ist denn? Das ist wirklich absolut insane. Jetzt zum aller... Also mit der letzten Kiste einfach nochmal alles rauszuholen. Sonst wäre ich, glaube ich, 300 im Minus gewesen. Oder 200 mindestens. Äh... Bitte lasst euch jetzt hier auch nicht irgendwie blenden von wegen... Wow, okay. Dann macht man ja doch bloß. Let's go. Passt trotzdem. Ultra auf euer Geld auf. Äh... Das... Ich weiß... Ich weiß echt nicht, was ich da sage. Ich bin baff. Ich bin wirklich baff. Das ist der größte Gewinn ever, den ich jemals, jemals beim Gamblen gemacht habe. Ich habe noch nie... Jetzt lassen Sie mich nicht lügen. Ich habe noch nie über 60 oder 70 Dollar am Stück. Gewonnen. Noch nie. Das ist der größte Gewinn, den ich jemals eingefahren habe. 747 Dollar. Äh... Auf Steam wohl startend mit 1000. Äh... Insane. Insane. Aber wie gesagt, bitte. Jetzt nicht irgendwie... Wow, okay, man macht nur plus. Ich nehme mein ganzes Geld und hau da rein. Passt bitte auf euch auf. Ich werde dann im nächsten Video wieder auszahlen. Hier mache ich jetzt erstmal Tuck. Ist auch ein bisschen wenig Zeit gerade noch. Weil es jetzt hier gleich noch weiter geht. Ähm... Benutzt gerne meinen Code Bubbler oder eben meinen Link. Da werde ich etwas am Gewinn beteiligt. Danke dafür. Und passt wie gesagt auf euch auf. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video. Und natürlich lösen wir noch das Giveaway auf. Stopp, stopp. Giveaway Auflösung, meine Damen und Herren. Und zwar gab es bei dem Top 10 Glock Video eine StatTrak M4A für Polymeg für euch zu gewinnen. Man muss nur schreiben, welche Lieblingsglock man hat. Beziehungsweise welche das eben ist. Falls man keine hat, konnte man auch schreiben. Ich habe keine. Das hat auch gezählt. Wir ziehen den Gewinner hier wieder über den YouTube Comment Picker. Diesmal habe ich den Link bereits drin. Habe alles ready. Die Rechnung habe ich auch schon ausgerechnet, Leute. Ist hoffentlich richtig. Und dann holen wir uns mal die Comments ran. 43 Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Wir ziehen jetzt hier den Gewinner. Und haben Anilu mit am Start. Topskins für die Glock. Sind bei mir Platz 3 Water Elemental. Platz 2 Snack Attack. Platz 1 Dormelwirbel die Glock Fade. Somit hat Anilu gewonnen. Zack tot. Das freut mich sehr, dass du auch mal bei den Gewinnern mit dabei bist. Sehr, sehr schön. Aber auch unbezahlbar für Autonormalbürger. Geschmäcker sind eben verschieden. So, bitte hier unter diesem Video anmerken, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und einfach deinen Trade-Link hier in deine Kanalinfo reinschreiben als Text. Du kannst hier, wenn du dich bei YouTube anmeldest und deinem Kanal bist, kannst du irgendwo auf Kanal bearbeiten drücken. Ich glaube ungefähr hier. Und dann kannst du die Kanalinfo bearbeiten. Oder du gehst da Kanalinfo drauf und kannst dann dort halt bearbeiten. So, und heute gibt es für die ganz Wahnsinnigen da draußen einen Statchback R8 Revolver Grip. Sieht ganz nice aus, ist aber halt ein R8. Also wird nicht von vielen gespielt. Aber wer das Ding gewinnen möchte, kann das wie folgt machen. Man kommentiert hier einfach, wie viel man beim Gambeln im Maximum mit einem einzigen Gamble bereits gewonnen hat. Bei mir waren es wie gesagt 700 und verquetschte Dollar. Wie viel war das bei dir? Wenn man noch nie gegambelt hat, kann man auch schreiben, ich habe noch nie gegambelt. Dann ist es auch kein Problem. Ja, beides ist ein gewinnender Kommentar. Also wenn man eben seinen Top-Gewinn schreibt oder eben sagt, dass man noch nicht reingegambelt hat. So, dann sind wir jetzt aber wieder durch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Diese Woche gibt es übrigens einen Pin zu gewinnen. Und zwar einen Haul-Pin. Aber leider kommt das Video Freitagnachmittag. Freitagnachmittag, das heißt, da ist es für euch schon zu spät. Also falls ihr nur diese Daddy-Skins-Videos guckt und nur darüber eure Infos rauszieht. Das ist dann übrigens dieser hier. Den gibt es in dieser Woche, also vom 21.03. Und halt also Dienstag, Donnerstag, Freitag immer in den Streams. Da hat man dreimal die Möglichkeit, diese Woche diesen Pin zu gewinnen. Das sage ich jetzt ja auch einfach nur nochmal, um vielleicht die, die nur in den Videos sind, zu animieren, dann doch ab und an mal die Streams zu kommen, weil da bekommt man sowas natürlich zeitig mit. Also da sage ich meistens die Woche davor oder noch früher, wenn es ein dickes Knife oder irgendwas zu gewinnen gibt. Und sonst gibt es halt ständig solche Giveaways, wie zum Beispiel hier so eine StatTrakMaker Industries oder Navi P. Ateris oder solche Handschuhe oder dieses Knife, das demnächst rausgeht oder die Player Two und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, in die Streams zu kommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Lass uns krachen. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.